So, damit herzlich willkommen zum Video-Modul der Makroökonomie. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute klären wir einige Grundbegriffe, unter anderem Inflation und Deflation. Inflation ist ein anhaltender Anstieg des allgemeinen Preisniveaus und Deflation ist ein anhaltender Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Die Inflationsrate ist die Rate, mit der das Preisniveau steigt. Also notieren wir hier, die Inflationsrate ist die Rate, mit der das Preisniveau steigt. Ja, wir können die Inflationsrate ermitteln. Dafür habe ich eine mathematische Formel mitgebracht. Und zwar I der jeweiligen Periode, dann einmal mit den Preisen, und zwar einmal hier Pt abzüglich Pt-1, Klammer zu, und dann hier einmal dividiert durch Pt-1. Ja, das Ganze dann mit, und zwar Pt, Pt ist dann gleich hier nominales Bip, nominales Bip, und dann dividiert hier durch reales Bip. So, was hier noch anzumerken wäre, ist dann die jeweilige Periode, also einmal hier T. Okay, ja, das erst mal hier zur mathematischen Formel. Eine negative Inflationsrate bezeichnet man dann als Deflation. Deflation. Und eine positive Inflationsrate bezeichnet man als Inflation. Inflation. Ja, dafür brauche ich natürlich statistische Daten über die Güterpreise. Ich lege mich auf bestimmte Güter fest, die ich in meinen Warenkorb hinein packe, um das Preisniveau messen zu können, beziehungsweise ermitteln zu können. Da habe ich mal geschaut, was haben wir in der Volkswirtschaftslehre hier auf unserem Kanal bereits getan. Wir haben den Warenkorb wie auch die Inflationsrate etwas ausführlicher definiert. Ich lese mal kurz vor. Der Warenkorb bezeichnet die Mengen an Güter und Dienstleistungen, die statistisch den typischen Verbrauch eines privaten Haushalts innerhalb eines bestimmten Zeitraums darstellen. Dabei wird eine Gewichtung der Güter und Dienstleistungen vorgenommen. Ja, in der Regel befinden sich in diesem Warenkorb die am meist konsumiertesten Güter in einer Volkswirtschaft. Dann haben wir die Inflationsrate. Die Inflationsrate, auch bekannte Steuerungsrate, beschreibt den prozentualen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Zur Ermittlung der Inflationsrate wird die Preisentwicklung der im Warenkorb enthaltenen Güter und Dienstleistungen herangezogen. Hier ist ja noch angemerkt, es gibt unterschiedliche Preisindizes, die ich heranziehen kann, um das Preisniveau messen zu können. Also es gibt einen LaPay-Index, einen Paché-Index, Hedonischen-Index und so weiter und so fort. Wir haben sämtliche Preisindizes auch bereits hier auf unserem Kanal behandelt. Schaut euch gerne in der Playlist der Makroökonomie um und hier der Verweis nochmal auf unsere Webseite, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zur Makroökonomie. Ja, warum beschäftigen sich eigentlich Ökonomen mit dem Thema der Inflation? Da habe ich auch ein paar Gründe für euch mitgemacht. Und zwar in Zeiten steigender Preise nehmen nicht alle Preise und Löhne gleichmäßig zu. Die Inflation beeinflusst daher die Einkommensverteilung. Also notieren wir hier einmal, wir schreiben auf in Zeiten steigender Preise. Steigender Preise nehmen nicht alle Preise und Löhne gleichmäßig zu. Gleichmäßig zu. Die Inflation beeinflusst daher die Einkommensverteilung. Einkommensverteilung. So, wenn ihr euch also in Gehaltsgesprächen oder Lohngesprächen, also ihr verhandelt jetzt den Lohn aus, das würde ich auch in regelmäßigen Abständen tun mit eurem Arbeitgeber, dass ihr 2, 3, 4 Prozentpunkte oben auf den Lohn on top drauf bekommt. Wenn ihr das aushandelt, dann müsst ihr darauf achten, dass die Lohnsteigerung mindestens der Inflationsrate entspricht. Ansonsten habt ihr reell weniger Geld in der Tasche. Nominal habt ihr vielleicht mehr. Wenn ihr 2 Prozent an Lohnzuwachs habt pro Jahr, aber die Inflationsrate beispielsweise bei 3 Prozent liegt, also höher als 2 Prozent, habt ihr nominal zwar mehr Geld in der Tasche, aber real könnt ihr euch weniger von diesem Geld leisten. Und das ist auch so ein Argument, was man in Gehaltsgesprächen, Lohngesprächen eben mit einbringen kann. Ja, ich möchte eine Lohnerhöhung, aber die muss mindestens der Inflationsrate entsprechen, damit ich mir eben genauso viel leisten kann wie in dem Vorjahr. So, zweiter Grund, Preisschwankungen erzeugen verstärkte Unsicherheit. Also Preisschwankungen erzeugen verstärkte Unsicherheit. Unsicherheit, das heißt Zukunftsentscheidungen werden schwieriger. Das heißt Zukunftsentscheidungen werden schwieriger. Ja, dann einige gesetzlich fixierte Preise passen sich langsamer als andere an und somit verschieben sich die relativen Preise. Wir notieren also einige gesetzlich fixierte Preise. Preise passen sich langsamer als andere an und somit verschieben sich die relativen Preise. Die relativen Preise. So, ja, das Ganze erstmal dazu. Was sollte man sich merken? Erstmal natürlich bis hierhin alle Grundbegriffe, die wir behandelt haben. Das hat angefangen erstmal, was versteht man unter der Makroökonomie? Was ist eine knappe Ressource, diese ganzen Basics? Dann haben wir uns das Bruttoinlandsprodukt angesehen. Geometrisches, arimetrisches Mittel, harmonisches Mittel. Ich glaube nur geometrisches Mittel, Wachstumsrate, Wachstumsfaktor. Das auf jeden Fall an der eigenen Bruttoinlandsprodukt. Volkseinkommen, Netto-Nationaleinkommen und so weiter und so fort. Und dann eben bis hier, was versteht man unter Inflation, Deflation, Inflationsrate? Die Formeln sind gar nicht so entscheidend. Das ist einfach nur Übungssache. Ihr habt eine Aufgabenstellung, die rechnet ihr zwei-, dreimal durch und dann spult ihr die Formel in der Klausur dann entsprechend auch ab. Ja, und dann solche Aufgaben wie hier unten. Warum beschäftigt sich ein Ökonom überhaupt mit dem Thema Inflation? Warum könnte das wichtig sein? Dann habt ihr da drei mögliche Antworten, die ihr angeben könnt. Ja, und wenn ihr euch eben tiefgründiger für das Thema interessiert, dann kommt euch drum herum, euch der Fachliteratur zuzuwenden. Ja, ansonsten, ich packe noch ein bisschen was in die Videobeschreibung hinein. Auch nochmal zum Warenkorb, das ist auch so ein Begriff, den ihr auf jeden Fall parat haben solltet. Und ich packe euch nochmal die ausführliche Definition zur Inflationsrate beziehungsweise Teuerungsrate in die Beschreibung hinein. Greift das gerne alles ab, macht euch Karteikarten fertig, damit ihr eben alle Basics drauf habt. Wir befinden uns hier im Modul der Makroökonomie 1. Da kann es durchaus sein, dass auch solche Grundgriffe stumpf abgefragt werden in Klausuren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bye!